Dann kommt noch der Helmut Kvojka, C-H-V-O-J-K-A, Kvojka. Er ist unser Benjamin, er ist 16 Jahre jung, er hat einfach Freude am Singen, er ist wahnsinnig stolz drauf und wahnsinnig aufgeregt, dass er hier Commenceau war, singen darf. Er lernt Automechaniker und er möchte später ganz gern mit seinen Brüdern Musik machen, soll aber sein Hobby bleiben. Applaus Ich ging mit ihr tanzen Ich weiß, was ich süß, sie lag so eng in meinen Armen, ich sagte, komm, wir gehen hier fort, Doch hier die Antwort war fantaisisch, ich verstand kein Wort. Und sie hat meine Nerven wirklich nicht geschaut. Wir beide gingen eng und schlungen, wortlos durch die Nacht, ich stand voll in Flammen, sie hat nur gelacht. Ich sagte, bitte küssch mich, schenk mir ein bisschen Wiel, sie hat mich nicht verstanden, so wie ich sie vorhin. Wie geht's? Wie geht's? Wie fängt Platz für Rieden an, wo ich doch nicht, wann du dich krankst. Wie fängt Platz für Rieden an, wo ich doch nicht, wann du dich krankst. Wie fängt Platz für Rieden an, wo ich doch nicht, wann du dich krankst. Die müssen dort Kabelfernsehen haben, der ist ja schon aufgetreten wie der Gewinner der ZDF-Hitsparade. ZDF-Hitsparade Wir hatten heute die große Chance, für euch zu spielen, doch jetzt ist auch. Wir alle danken für den Applaus, euch hier in Zahlen und euch zu hauen. Dankeschön, Wolfgang. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und damit wollen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Wenn Sie nun glauben, dass Sie ein Talent haben, dann schreiben Sie an den ORF L36 Wien Kennwort die große Chance. Und wenn Ihnen heute in der Sendung irgendjemand besonders gut gefallen hat, dann bitte schreiben Sie dem auch. Das wäre möglicherweise seine erste Fanpost. Oder hätt's gern. Ich möchte Ihnen hier in der Kurhalle in Oberlau, unserem zauberhaften Publikum und Ihnen zu Hause die Mitwirkenden des heutigen Abends noch einmal vorstellen. Aus der Steiermark die Gruppe Pei Gammerix. Aus Wien, Christine Puvos. Aus Oberösterreich, Klaus Brandmark, Zimmerlitsch und Michelmann. Aus Wien, Helmut Kvölka. Aus Wien, Jung mit Lieb. Aus Wien, das Duo Acro. Aus Oberösterreich, die ASR Company. Aus der Steiermark, Wolfgang und Bernd. Und der Stargast aus Niederösterreich, Andreas Steppmann. Aus Niederösterreich, Susanne Denkler. Aus Wien, Leonhard Sadlik und Paul Wimberger. Aus Tirol, Lisa Juhe. Aus Wien, Wolfgang Greuer. Aus Wien, Wolfgang Greuer. Und Richard Österreicher mit seinem Orchester. Wir werden einander in diesem Jahr sicher noch einmal sehen. Und hoffen, dass wir bis dahin wieder so viele Talente gefunden haben, dass wir Ihnen wieder eine große Chance präsentieren können. Und bis dahin, guten Abend und ein, zwei, zwei, drei, vier, eins. Aus Wien, Wolfgang Greuer. Aus Wien, Wolfgang Greuer. Aus Wien, Wolfgang Greuer. Bye-bye, my love. Bye-bye, my happiness. Bye-bye, my happiness. Hello! Hello! Hello, you love happiness. I think I'm gonna die. Bye-bye, love. Bye-bye, sweet curries. Hello! Hello, you love happiness. I think I'm gonna die Bye-bye, bye-bye, love you bye Bye-bye, bye-bye, bye-bye Bye-bye, 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 bye-bye I think I'm gonna die